Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ok Ist das der Neue? Ich glaube schon Boah, sein Freund ist voll der Streber Ne? Guck mal, der ist schon wieder der Neue Ey, was guckst du so? Du willst etwa auch ein Bier? Ne, lass mal Was für ein Kibbi Komm, nimm Trink doch, ist da nichts dabei Und? War doch gar nicht so schlimm, oder? Ja, ist ganz ok Seit wann bist du eigentlich auf der Schule? Seit einer Woche Eine Woche auf der Schule Und schon Streber geangelt Ne, das ist nicht mein Freund Okay, wir müssen los La Realisatrice Justine Thirette Etait Heureuse Beaucoup de Spectateur Fabian Weißt du zufällig, was da hinkommt? Das Partizip, also das mit Ätre Aber Wie bildet man das nochmal? Also hinten mit dem Apostrop Sind das die Hausaufgaben? Ja, was soll das? Ich geb das wieder her Ich hab eine 20 Stunde da angesessen Hausaufgaben sind für zu Hause, ja? Warum macht ihr das jetzt? Was soll das? Tja Ey Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ups Hey, habt ihr schon mal ein neues Insta-Bild gesehen? Ne, zeig mal Guck mal Guck mal, sieht doch so krass aus, oder? Boah, schön Guck mal Guck mal Mein Gott Was ist das? Leben, wie peinlich Was ist das denn für ein Steinzeit-Handy? Guck mal Aber da drüben liegt doch das neue Handy von deinem Streber Nein, das kann ich aber nicht machen Hallo? Wir haben alle schon geklaut Voll normal Ja, dann gehen wir mal Ciao Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020